Palim Palim Zum zweiten Versuch Der Aufnahme Und hoffentlich Reißt die FPS nicht runter So, da steht jetzt grad nix Dieser doofe Stuhl Einfach im Weg Ich seh nix Weil ich grad noch online war Deswegen steht der Stuhl schon auf dem Weg Und wir schauen mal Ah Perfekto Die FPS ist niedrig Quatsch hoch 26 Bilder pro Sekunde Das macht doch Spaß Ist doch viel besser als 5 und so Wie ihr sicherlich bemerkt habt Weiß ich nicht ob ihr das bemerkt habt Habe ich ein bisschen trainiert Und Auch ein 1-2 Jobs gemacht Um meine Reputation Um meinen Ruf zu erhöhen Habe dann noch Einen Rucksack gekauft Der uns 5 Plätze mehr gibt Nicht mehr 15 sondern 20 Und Ja, das war's auch schon wieder Mehr hab ich nicht gemacht Ich werde jetzt ein bisschen offline trainieren Weil ich möchte natürlich Oh, die Quest hab ich angenommen Dafür kriege ich dann ein Lebenselixier Was halt die HP Hitpoints ein bisschen erhöht Von einem Monster Und natürlich möchte ich das haben Ja, wo war ich Äh Ja, wie schon erwähnt In einem Video Ähm Werde ich offline jetzt die Kämpfe machen Also auch trainieren Oh, das ist ein Slimming Hey, ich spie ein Feind Let's exekuten Willst du eine Battle? Mh Okay Äh Battle? Of course Ich weiß nicht deinem Platz Ja Ja Klar machen wir ein Battle Ähm Ja, ich werde offline trainieren Weil Ich werde sehr oft hin und her rennen Vom Vom Wald rein rennen Bisschen wieder zurück rennen Deswegen Das wird euch wahrscheinlich zu langweilig Wenn ich dauernd in den Wald Bekunde Also immer dasselbe mache Ja Was von der Ist wie ich Ja Wir sehen können hier zwei Gegner Die sind eigentlich ganz cool Die Slimmys Die beiden, die da stehen Weil die haben nämlich extrem viel Mana Normalerweise Also die, die äh Die nächste Form, die etwas höhere Form Die hat schon richtig viel Mana Aber dafür sind halt auch schwach Gegen Feuer halt So Der macht jetzt alles kaputt Und gewonnen Oh nein Out of gas Out of gas Out of gas Im Übrigen Im Übrigen Die kann man nicht verkaufen Die Medaillen So So Wir können natürlich jetzt alles durch Na gut das ist wieder ein Shop Und wir dürften jetzt Ja wir gehen jetzt ins nächste rein 1 Water visit 3 So So Hier ist schon mal die Tür Ey Okay weg da Wie ein Frosch Oder was weiß ich Was du für eine kranke Art bist Bist aber auch ein Slimmys Somit hätten wir jetzt alles Slimmys gesehen Alle verschiedenen Alle Arten In der 3 Der hier halt Dann Den Den von Gerade eben Von den beiden Und der da Ne Ist derselbe glaube ich Dann muss ich nachher nochmal gucken Acht Yes Das ist doch nice So Die Tür Schon ätzend Ich muss die ganze Zeit auf dem Laptop gucken Obwohl der Fernseher genau dahinter steht Ich kann mich halt nicht Nicht bewegen Bin festgefroren Nein Äh Ja Mein Kabel von meiner Headseite ist nicht so nah ist das Es ist in Ich hoffe, nein, trainieren, 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 trainieren. Ich mach das einfach so zu gerne. Trainieren. Also auch in jedem Rollenspiel. Am liebsten war mir das bei Final Fantasy 7. Äh, 10. Ach, guck mal einen. Erwischt. Oh, habe ich dich überrascht? Nicht zu worry, ich werde dich nicht schmerzen. Was es du, der mir die Bitter Herbs gegeben hat? Oh? Oh. Es ist kein Wunsch. Die Frau, obviously, nicht verstehe. Ich bin Kahu. Entstehe? Ich bin Kahu. Schauen Sie den Orb. Siehst du? Kahu, Kahu. Schauen Sie, Orb. Hey, fantastisch. Sie kann sprechen. Not Kapu. Kahu. Got it? Kahu. Hey, who are you? You're not Kama, right? Kama? What Kama? Huh? Uh, they're divine beasts. They turn into people. Beast? You're not beast. I thought so. So you're not Kama. I'm so glad. Huh? Glad? You're not beast, glad? So Kure's your name? Kure, where do you come from? Forest. Kure from forest. From the forest? Hey, Nico. Is there a village in the forest? Who knows? Never heard of one. I wouldn't be surprised though. From forest, everyone gone. Kure want, leave forest. Wanna leave the forest? I get it. You wanna leave the forest? But, leave the forest like that, and the beast hunters will catch you. They all think Kure is Kama. Elrim, grant wish. Light deep in forest. Grant wish. Kure, same, everyone. Light deep in the forest? Could that be the orb? Kure's looking for the orb, too? So if you find the orb, you can be the same as everyone? I get it. I see. We're sure to find orb. Grant wish, okay? Come on, come on. What are you doing, Kahu? You're gonna become Kama. Huh? Oh, yeah. Kappa orb? What orb? The orb is the light deep in the forest, like you said, Kure. I'm looking for that light, too. Understand? Kappa, same, Kure. Kappa, not same, others? I am like you, Kure. Look, look. Look at this. Ta-da! Huh? Tail? Kappa, tail? Kappa, not same, others. See? I'm not the same as the others. I'm the same as Kure, right? Haha, same. Kure, Kappa, same, same. Oh, yeah. Yeah, now we have known their name, this is Kure. I'm not the same as the other one. I don't know. Ha, 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 ha! Yeah. Tell I was, so sorry. Uff! Das ist ganz schön schnell. 150. So, ähm, jetzt muss ich auf den Lattab schauen. Eines müsste noch hier sein, genau. Und hier ist nix. Na, tolle Woche. Und da wir ja jetzt im dritten sind und... Ja, das ist, äh... Ups, oder? Sonst spüren wir was weg hier, das Headset. So. Da wir das schon entdeckt haben. So, wieviel Plätze? Acht nur noch, okay. Ach, wir haben mehr dieses Quest, Alter. Können wir gleich mal abgeben. Ups. Fix abgeben. Und dann gehen wir ganz fix zum Feuer, äh, im Wald. Und machen das noch, fertig. Ja. Ja. Der Job. Du bist noch nicht fertig, oder? Ich habe es gerade fertig gemacht. Gerne? Du bist ein Probe. Wenn du es machst, du es machst. Ja. 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 Ah, nix besonderes. Meine Chipstüte. Hm. Mampf, Mampf. Mampf, Mampf. So. Jetzt schnell zum Kikinak. Mampf. Mampf. Weiter geht's. Und ab in den Fire Spy. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich war jetzt mal ruhig, weil ich Balschips essen wollte. Bestimmt hört ihr das auch noch. Mampf. Geh weg. Ja, wenn wir ein bestimmtes Level erreicht haben mit den Survive Beasts, hauen die kleinen Viecher ab. Weil sie halt zu schwach sind. So. Würdest du bitte danke? Okay, hier ist auch nichts. Huh. War da was? Ach. Oh, okay. Oh. ja da wir sehen können mit ihm schon die erste Stufe wieder erreicht ich weiß gar nicht, welches Level der hat na egal attack watch go, go, Tom, watch das guck ich jetzt mal ganz fix nach Level 8 ok, da ist die erste Stufe schon äh, haben wir hier erste Decks jetzt naja, wird schon passen so, Spy hat 3 mal schauen, was was hier erwartet geh weg das ist ein Ork halt ein Auge so, ist auch ein Verkäufer das ist das Kuo kämpfen ist die beste Möglichkeit der Stärke zu zeigen von ihnen aus natürlich werden wir nicht verlieren oh das kann ein böse Ende ne, wenn er, ne hat nichts das ist also, wenn ihr diesen Ork hier seht und der ist auf dem Feuer, äh Element, dann passt höllisch auf der verwandelt sich auch schon ich bin Such a disgrace So you understand the strength oh Yes, quite, but are you okay? They risk their lives dogs do That's my way Anyway Dafür haben wir jetzt eine Nuss bekommen. Wie ihr sehen könnt, erhöht es die Stärke von den Orks. Also nur von den Orks. Gibt halt für jede Rasse sowas. Und das können wir auch kriegen von den Biesthuntern. Das war nicht ganz cool. So, jetzt haben wir das auch. Hey, da ist er. Da bist du, Rival. Was machst du? Wer fragt? Du bist ziemlich uppity für eine Talkin' Biest. Nicht mich mit diesen Monstern. Willst du es kursiert? Du bist ziemlich obnoxious, too. Hey, mach etwas über sie. Sie ist dein Pett, richtig? Bad Attitude, huh? Ja. Sag mir, ich glaube, du wärst echt schade, ohne mich. Yo, du schaust für das Orks-Thing, too? Das ist richtig. Wir sind Rival. Ich bin Kahu. Rival? Nicht bladden dir selbst. Geh in meinen Weg. Ich? Ich bin Nan. Jeder, der nicht weiß, wie ich, hat ihre Hände in der Sand. Geh in meinen Weg. Ah ja. Selbstbewusstsein hat mangel ziemlich. Aber egal. So, jetzt werde ich mal... schnell flüchten. Och, jetzt geht das wieder nicht. Einmal noch. Yes. Aero-Attack war... ...dass neben dem Monster, was getroffen wird, noch eins getroffen wird. Gibt halt noch eine Schockwelle. Und die ist genauso. Also die Schockwelle ist halt... ...ne größere. ...ääh... ...üß gehe... ...größere. Rang S oder so. Die Rang A. Oh, komm. Einmal noch. Last try. Yes. Perfekt. So. Yes. Yes. Nix. Okay. Gut, damit haben wir jetzt alles gesehen. Und... Also alles bis zum vierten. Bis zum vierten Abschnitt von den Wäldern. Und ich werde jetzt, ähm... ...die Klamas abgeben. Verkaufen. Dann... ...ääh... ...trainieren. ...trainieren. Nochmals trainieren. Ein bisschen... ...auch ein bisschen sammeln. Und so weiter. Und... ...dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder... ...mit dem ersten Wald. Was wir denn abschließen. Wurde den ersten Boss besiegen. Und seid gespannt, was das für ein Boss ist. Bis bald.